hallo und herzlich willkommen bei dein geld deiner verantwortung mein name ist wenn und wir schauen heute gemeinschaftlich auf das depot update für den monat august im jahr 2024 und da würde ich sagen wir gehen auch einmal direkt hier rüber und gucken uns das ganze an in dem monat ist auch wieder fleißig investiert worden das waren jetzt 600 euro die reingegangen sind das heißt ich habe bisher dieses jahr investiert 3648 euro und 92 ein bisschen was fehlt noch wir sind jetzt bei 61 prozentig müsste jetzt bei 67 prozent sein bin aber jetzt erstmal zuversichtlich dass es am ende reichen wird wir können das ja mal eingeben beziehungsweise den hier einfach runter ziehen das heißt das wird auf jeden fall reichen um die 6000 euro hier am ende des jahres zu erreichen wenn ich einfach die 600 euro weiterhin investieren kann das sieht jetzt aktuell so aus das ist der plan von daher sollte soweit passen dividenden gab es in dem monat auch wieder insgesamt 61 euro und 93 cent an netto dividenden wir schauen uns dann auch noch mal zusammen an welche titel da ausgeschüttet haben das heißt bei den dividenden bin ich jetzt bei 1191 euro und 15 cent die ich hier habe ich müsste sein bei 1333 euro wenn ich die 2000 euro hier erreichen würde ich habe das immer kurz eingegeben gab es wird wahrscheinlich knapp mit den 2000 euro kommt so ein bisschen drauf an was die etfs dann auch machen am ende des jahres mal sehen ja also auch für 19 sollte es eigentlich reichen für die zwei könnte wahrscheinlich ein bisschen knapp werden oder würde ich sagen ja wir gehen einmal rüber zu portfolio performance folgendermaßen sieht mein portfolio aktuell aus die größte position ist jetzt wieder microsoft ja die apple ja so ein stück weit wieder überholt aber die geben sich ja wie man hier sieht nicht vielen 8,43 prozent die apple 8,49 prozent die microsoft der s&p ist jetzt bei sechseinhalb angekommen dann haben wir den ms hier word johnson & johnson shell der vengard ftc all world da fehlt jetzt auch nicht mehr so viel wir haben jetzt hier 4560 euro versus 4357 das heißt ja da bin ich dann mit dem vengard ftc all world auch relativ nah an der shell dann bald dran genauso wie an johnson & johnson unilever fehlt dann noch ein bisschen was costco hier mit 3,31 prozent verrechnungskonto judge and write visa iron mountain die ja auch wieder unfassbar krank laufen dieses jahr der dow jones west titans etf sap allianz fresenius und dann wird es dann auch immer kleiner und da sind dann auch so ein zwei kandidaten dabei die dieses jahr nicht so gut gelaufen sind wie die nike wie die perno oder auch hier unten wie die vmh performance wir gucken mal rein da sehen wir der aktuelle monat läuft jetzt auch schon ein bisschen aber wir gehen jetzt hier einmal rein in den letzten monat und da so ein bisschen genauer sehen zu können wie es da ausgeschaut hat der august trotzdem positiv abgeschlossen das sei ja innerhalb des augustes wenn ich mich recht in sinne mal nicht ganz so gut aus genau so ist es im worst case waren wir hier mein portfolio bei minus 4,6 prozent in dem monat trotzdem positiv abgeschlossen schöne sache der vengard ftc war hier leicht negativ mit da minus 0,39 prozent also auch jetzt kein kein beinbruch also hier 0,99 prozent das ist schon ja ordentlich dafür dass der monat wirklich zwischendurch nicht ganz so super aussah die einzelnen wertpapiere haben wir hier die können wir uns mal angucken oben omega healthcare iron mountain die nike allianz ecolab merck also auch viel grün negativ hier unten die disney shell jung heinrich microsoft macht sich natürlich immer stärker bei mir im portfolio bemerkbar und eine der größeren positionen negativ ausfällt und die etfs hier im grunde alle negativ bis auf das bis titans etf da hier auch positiv ausgegangen ist mit 2,73 prozent im plus also eine sehr ordentliche sache wenn wir aufs aktuelle jahr noch mal gucken ganz oben wahnsinn ne iron mountain mit plus 63 prozent die sap dann cosco mega unilever sie läuft endlich ja das ist eine schöne sache omega healthcare bat ecolab 3m merck allianz also sehr 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 viel grün da haben wir die sorgen kinder so ein bisschen die nike die perno lvmh jung heinrich der nestle zu etis wp carry und die disney auch noch hauchzart im minus hier ja waren sich wirklich ein unfassbar tolles aktienjahr bisher bei mir steht aktuell ein plus von 13,41 prozent true time weighted rate of return und bei einem internen zinsfuß von 20,5 prozent absolute veränderung ein plus von 17.192 euro und wenn man bedenkt dass ich ja dieses jahr wirklich und wir haben es ja eben der übersicht gesehen deutlich weniger investieren kann als in den jahren zuvor natürlich könnte man jetzt sagen ja dieses hätte hätte fahrrad kettern so ein stück weit ja stellen wir vor dass dieses jahr auch noch mal wieder 15 20.000 euro investieren können dann wäre es ja noch mehr ja klar also natürlich wäre es noch mehr aber manchmal sind die umstände wie sie eben sind und von daher ich bin da mehr als zufrieden ja knapp 123.000 euro die wir hier drin haben ein bisschen was wird ja noch investiert bis zum jahresende mal sehen was der aktien der aktienmarkt sorry macht ja plus 13,4 und wenn wir uns das auch mal hier angucken seit 2019 ein negatives aktienjahr dabei gewesen mit 22 ja und da waren es minus 15,1 prozent die es da damals gegeben hat insgesamt seitdem ich hier auch das ganze track ist ja wahnsinn wenn man sich das überlegt ne 22,9 prozent in 2019 in 2020 waren es 5,2 prozent 21,5 prozent 21,5 prozent geisteskrank wirklich also wenn man sich jetzt überlegt bei dem aktuellen portfolio nochmal 25 prozent das ist das wahnsinn ne dann das negative ja mit 22 in 23 14,5 prozent und 24 schon wieder jetzt aktuell bei 13,4 prozent das ist schon der absolute wahnsinn ne und wenn man sich dann noch wieder überlegt natürlich könnte man jetzt sagen oh ja im jahr 2022 minus 15,1 prozent auf solche chancen muss man warten oder kann man dick einkaufen also zeigt mir auch immer wieder wenn man diese langfristigen blickwinkel oder was heißt langfristig ne also es sind jetzt auch von 19 bis 24 sind es fünf jahre das ist ja auch noch nicht dass wir über 15 20 25 jahre sprechen aber es bestätigt mich auch immer wieder ja klar wenn man irgendwo noch mal 10 15 20.000 euro liegen hat und sagt auch die will ich für besondere momente einsetzen alles gut bestätigt mich aber trotzdem in dem ja die aktien sparpläne und die etf sparpläne da eben einfach langfristig laufen zu lassen so wir gucken noch mal rein hier to date einmal hier ja relativ gleich auf nicht ganz gleich auf jetzt wieder mit dem vanguard ftse all world da sieht man wieder relativ schön ne wenn der breite markt abschmiert dann ist mein portfolio einfach besser ja wenn der breite markt gut läuft und das war wie wir hier in der wundervollen grafik eben gesehen hatten in den letzten jahr eher positiv als negativ das ist ja auch in vielen jahren in der jüngeren vergangenheit so gewesen dann ist mein portfolio da ein bisschen hinten dran was aber auch vollkommen okay ist zahlungen wir gucken einmal rein in den august welche titel haben ausgeschüttelt die apple mit 9 60 wir haben die bt mit 33 36 wir haben costco mit 3 99 und wir haben wir haben omega healthcare mit dabei mit 14 98 insgesamt 61 euro und 93 cent wo liegen wir hier wenn wir aufs jahr gucken im vergleich letztes jahr lag ich bei 1047 euro das jahr davor bei 1057 und aktuell sind wir bei 1191 euro also gut 150 nicht ganz bisschen weniger aber die richtung 150 euro mehr 140 ein paar zerquetschte mehr wie auch immer als im vorjahr da bin ich ich echt ganz gut unterwegs und wenn ich das so ein bisschen durch tragen kann da sehen wir es hier auch ganz gut 140 euro mehr ja dann wären wir bei 10 ungefähr es gibt ja aber trotzdem wenn wir hier noch mal reinschauen das war natürlich der falsche hier noch mal reinschauen gibt es da aber ja grund positiv erstmal zu sein oder positiv vorgestimmt zu sein wir haben im september viele unternehmen die ausschütten da könnte dann der ein oder andere kandidat dabei sein muss vielleicht ein bisschen mehr gibt die etfs ist immer so ein bisschen unberechenbarer auch bei einem china large cap etf mal sehen was dabei rauskommt 3m wird weniger sein church and white wird ein bisschen mehr sein cosco also es gibt ja einige unternehmen wo die sparpläne ja auch laufen muss dann ein bisschen mehr gibt der s&p 500 etf also es wird mehr geben es wird aber in jedem monat nur wahrscheinlich ein bisschen mehr sein also wenn jetzt hier anstatt den 286 euro nicht 400 sehen das gleiche geht hier auch im dezember da wird es dann anstatt 296 eben auch nicht 400 oder 450 euro sein das heißt das ist schon relativ realistisch dass das 2000 euro netto dividenden ziel nicht erreicht wird sondern das ist am ende irgendwo wahrscheinlich richtung 1915 bis 1950 euro sein wird so die richtung zumindest wir können doch mal hier reingucken in die branchen größte branche bei mir portfolio nach wie vor die konsumgüter hier chemie pharma auch relativ groß der finanzsektor mittlerweile durch die etfs wie man hier schön sehen kann auch software technologie ansonsten wertpapier arten sind wir hier bei 76 prozent einzelaktien und 23 prozent hier bei den etfs und regionen können uns auch noch mal anschauen sind wir hier bei nordamerika bei 61 prozent was wir hier haben dann haben wir westeuropa bei 21 prozent nordeuropa bei zehn prozent und asien ja immer noch relativ klein bei 2,7 prozent da kommt dann auch ein bisschen was durch die etfs natürlich was was dann hier in den asien bereich mit rein läuft aber auch nicht so viel und natürlich hier der schweizer etf macht den größten anteil an der schweiz mittlerweile mit 60 prozent immerhin die schweiz aktuell gewichtet mit 4,78 prozent in meinem portfolio und der deutschland anteil ist hier bei 13,25 prozent das war das depot update für den monat august ich hoffe es hat euch gefallen vielen dank fürs zusehen schreibt mir gerne in die kommentare wie es bei euch aktuell aussieht ob euer monat august auch positiv abgeschlossen hat das würde mich sehr interessieren und dann würde ich sagen ja bleibt gesund und bis bald macht's gut euer sven euer sven